Schnell weg! Einer nach dem andern zieht ne Nummer! Das ist ein Arschloch! Das ist ein Arschloch! Dr. Barth! Oh Gott sei Dank! Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt! Hör zu, schicke einfach die Stars, die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. Arpidi ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen! Umbrella ist durchgedreht, die bringen alle ihre Forscher um! Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt! Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich seh mal im Computer nach und schau, ob ich den Dock orten kann. Das wird etwas dauern. Sieh dich um! Guck, ob du was Nützliches findest! 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 Hab etwa nur ich überlebt? Hau! Oh! Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, haben wir keinen Empfang. Wir müssen uns komplett kinares. Wir brauchen die Kinares. Der Klemmener hat einen Rimsleugang. Wir brauchen eine Kinareskunde. Wir brauchen eine Kinareskunde. Wir brauchen unsere Kinareskunde. Das hat sich nicht nur darauf gegeben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Ich muss wegschrauben. Ich muss wegschrauben. Der kann nicht mal schwimmen. Ich muss wegschrauben. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens, der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt! Was? Was zur Hölle? Die ist der Reich! Jill! Jill, was war das? Jill, nach was! Der ist der Reich. Der ist kein Wichtig. Warum nicht das? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich muss ihn irgendwie stoppen! Komm schon! Ich muss ihn zum Anhalten bringen! Ich muss ihn zum Anhalten! Okay, dann mal los! Ich muss ihn zum Anhalten bringen! 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 Bring sie zum Krankenhaus! Vielleicht kann Dr. Bart sie retten! Okay, ich treff dich da! Ich muss ihn zum Anhalten bringen! Halt nur durch! Ich muss ihn zum Anhalten! Ich muss ihn zum Anhalten bringen! 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 Oh Gott! Ich muss ihn zum Anhalten bringen! Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Barth! Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon! Dr. Barth! Sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht, Captain. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi ist es das denn? Stimmenmuster! 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 Ah. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.